Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Update-Video und damit auch einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Momentan traden wir bei ungefähr 16.560 US-Dollar. Unsere Order wurde endlich abgeholt. Es wurde auch endlich mal Zeit nach, ich glaube gefühlt 2-3 Wochen. Aber gut, darauf gehen wir jetzt gleich nochmal ein bisschen näher ein, wie jetzt der aktuelle Fahrplan ist. Außerdem werden wir uns natürlich noch Ethereum und auch mal einen Blick auf XRP reinwerfen. Doch bevor wir starten, gerne den Video ein Like da lassen, abonniert den Kanal, Glocke aktivieren und wenn ihr Bock habt in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoinen, dann hättet ihr nämlich auch diesen Trade auf jeden Fall mitgenommen. Gut, und jetzt würde ich sagen, starten wir durch. Wie gesagt, momentan 16.560 US-Dollar. Wir haben endlich unsere Order getroffen. 16.490 US-Dollar, wie lange haben wir jetzt echt darüber geredet? 1-2 Wochen bestimmt, also auf jeden Fall vor Weihnachten. Wir haben damit unseren Vektor gefüllt, das prüfen wir gleich nochmal mit dem Traders Reality Indikator. Wir gehen jetzt nochmal hier rüber. Auf dem 1-Stunden war der natürlich nicht. Wir müssen hier einen Blick in den 15-Minuten-Chart werfen, zoomen dann hier nochmal ein bisschen rein und dann seht ihr auch, welchen Vektor ich meine und zwar hier bei genau 16.480 US-Dollar. Hier dieser Vektor wurde endlich perfekt abgeholt und damit auch unsere Order bei 16.490 US-Dollar abgeholt. Damit ist der Vektor jetzt gefüllt. Jetzt haben wir nur noch einen offen und der liegt bei 15.850 US-Dollar. Da sind wir aber noch nicht. Da liegt auch noch eine Order. Ich glaube noch eine sehr, sehr alte Order von mir. Beziehungsweise auch ein Setup, was ich glaube ich irgendwann mal in die Gruppe gepostet habe, aber da sind wir wie gesagt noch nicht. Wir werfen jetzt erstmal einen Blick. Also wir sind ins Golden Pocket reingekommen, haben das minimal unter Boden. Ist natürlich alles kein Problem, weil normalerweise wird ein Golden Pocket nicht immer ganz genau getroffen. Meistens geht es entweder kurz davor oder kurz darunter, um im Endeffekt nochmal die ganzen Stop-Losses auszuhitten. Und das hat hier sehr, sehr gut funktioniert, nachdem wir hier einmal schon mal in das Golden Pocket reingekommen sind. Ich muss das hier wieder ein bisschen verschieben. Wir sind einmal in das Golden Pocket reingekommen. Damit wurden die ersten Orders getriggert. Beim zweiten Mal wieder ein bisschen so ein kleiner Bounce. Und beim dritten Mal sind wir drunter gefallen, haben uns den Vektor geholt und damit auch die ganzen Stop-Losses, die in das Golden Pocket reingegangen sind, wiederum geholt. Jetzt befinden wir uns wie gesagt bei 16.560 US-Dollar. Minimaler Bounce bisher. Wir haben da unten noch sehr, sehr viel Volumen liegen. Das sieht man hier auf dem 1-Stunden-Chart sehr gut. Also es würde mich nicht wundern, wenn wir sogar nochmal noch tiefer runtergehen und dann sogar ins 0786 bei ungefähr 16.400 bis ungefähr 16.350 US-Dollar. Wir haben aber unseren Stop-Loss bei ungefähr 16.180 gewählt. Aufgrund dieser 1-Stunden-Demand-Zone, die hier unten reinkommt, also doch ein bisschen tiefer. Einfach um nochmal so einen kleinen Wig nach unten hin zu verkraften. Ansonsten, wie gesagt, liegt dann die nächste Order hier unten schon bei den 15.850, wo unser Golden Pocket, äh, wo unsere kleine Vektor-Candle auch noch liegt. Jetzt gilt es natürlich darum, wir müssen jetzt unbedingt hier Volumen reinkriegen. Klar, es geht jetzt aufs Wochenende zu. Wir haben schon wieder Donnerstag. Heute Abend übrigens Livestream, wer Bock hat, wieder um 19 Uhr. Nur kleiner Reminder, weil ich es am Anfang des Videos vergessen habe. Ja, Livestream heute Abend. Wir müssen jetzt auf jeden Fall ein bisschen Volumen reinkriegen. Wichtig ist auf jeden Fall mal dieses Hoch bei ungefähr 16.580 rauszunehmen. Besser wäre es sogar die 16.660. Einfach diese Hochs, damit wir ein höheres Hoch reinkriegen und somit auch einen kleinen Abtrend. Eine Bullish Divergence, die liegt auf jeden Fall vor. Das haben wir ja gestern schon im Nachmittags-Update drüber gesprochen, dass es ein Wunsch-Szenario wäre. Wir hatten hier schon eine kleine und dann habe ich ja gesagt, nee, es wäre echt besser, wenn wir erst noch den Vektor holen. Wenn wir eine Triple Bullish Divergence kriegen, die haben wir jetzt mittlerweile reinbekommen. Wir haben höhere Tiefs im RSI, aber dafür tiefere Tiefs im Chart. Also klassische Bullish Divergence, die müsste nur jetzt langsam mal ausspielen. Das ist extrem, extrem wichtig. Wir blicken mal ganz kurz auf den 4-Stunden-Chart. Hier haben wir leider keine Bullish Divergence vorliegen. Das heißt nur in den kleineren Timeframes. Das heißt aber auch, dass durch die kleineren Timeframes deutlich mehr Volumen jetzt auch reinkommen muss. Wenn wir da jetzt ein bisschen rumtaumeln, überlege ich wirklich wieder diese Position dann zu schließen, weil uns einfach diese Impulsivität fehlt. Klar, wir haben einen Vektor geholt, wir haben das Golden Pocket getestet, wir haben auch eine Ineffizienz gefüllt, alles schön und gut. Aber wir brauchen halt natürlich auch deutlich mehr Volumen in dem Markt, die die Kurse dann auch nach oben pushen. Danach sieht es momentan nach jetzigem Stand noch nicht aus gut. Wir haben frühmorgens, vielleicht bringt uns ein bisschen die New York Session, beziehungsweise New York dann heute Nachmittag ein bisschen positivere Zahlen, nachdem es da auch ein bisschen abwärts ging. Aber das müssen wir jetzt erst einmal gucken. Wie gesagt, wichtig Nummer 1, die 16.660, weil wir auch hier so eine kleine 4 Stunden Supply haben und danach geht es dann immer von Level zu Level, sag ich mal so die 16.700 US-Dollar und dann halt Step um Step nach oben. Erster Take Profit ist glaube ich sogar bei 16.700 US-Dollar, war bewusst gewählt aufgrund dieser 4 Stunden Supply da oben. Klar, wir haben da mittlerweile schon eine neue, weil das Setup halt jetzt auch schon ein bisschen älter ist. Trotzdem würde ich den Take Profit 1 momentan zuerst mal laufen lassen. Wir ziehen nochmal ganz kurz ein Golden Pocket dazu. Von unserem High zu unserem Low sollten wir hier oben bei den 16.700 US-Dollar, 70 US-Dollar abprallen und nach unten gehen. Überlege ich sogar noch eine Short-Position aufzubauen, weil es dann sein kann, dass das einfach nur ein korrektives Hoch wieder war. Das heißt, wir sind runtergegangen, haben Liquidität geholt, die aber nicht wirklich ausreichend ist und setzen dann unsere Downtrend fort. Vielleicht machen wir da nochmal so eine kleine Hedge auf, auch wenn unsere Hedge-Position weiterhin läuft. Das müssen wir auch dazu sagen. Wir haben ja noch eine Position von 16.940 US-Dollar offen. Sollte die, ja wobei, eigentlich müssen wir keinen Hedge aufmachen. Eigentlich ist es, vergesst das Leute, wir haben die von 16.940 US-Dollar, vielleicht machen wir einfach nochmal eine zusätzlich auf, aber die andere läuft und ist jetzt auch in Take Profit 2 gelaufen. Gut, soviel zu Bitcoin. Sorry, es ist früh am Morgen. Irgendwie glaube ich bin ich noch ein bisschen neben der Spur. Und ja, jetzt schauen wir zu Ethereum. Auch hier wurde endlich meine Order, zumindest bei vielen wurde die Order schon getriggert, wo wir damals hier in das Golden Pocket reingekommen sind, bei 16.000, äh bei 11, meine Güte, was ist denn los? 1.184 US-Dollar, wo wir damals hier waren. Wir sind bei Binance, damals in das Golden Pocket reingekommen, bei mir, bei BingX leider nicht. Jetzt sind wir drin, das heißt meine Order bei 1.180, beziehungsweise 1.183 wurde jetzt auch mal gefischt. Endlich, es wurde auch mal Zeit. Ähm, hier machen wir auf jeden Fall Take Profit 1 bei ungefähr, ich glaube, 1.205 war der erste. Also da lassen wir auf jeden Fall die Position jetzt erstmal laufen. Ansonsten nochmal schön ins Golden Pocket, beziehungsweise leicht runter. Auch hier lohnt sich der Blick in die kleineren Timeframes, 1 Stunden Timeframe. Wir haben so gut wie die Ineffizienz hier drüben gefüllt. Wir haben hier noch bis ungefähr 1.174, äh nochmal so eine kleine Ineffizienz liegen hier in diesem Bereich. Ist jetzt aber meines Erachtens nach sich so schlimm, weil wir davor schon ein bisschen Liquidität reingebracht haben. Also wir müssen nicht mehr unbedingt auf dieses Level gehen. Das einfach nur nochmal ein bisschen so im Blick zu behalten. Stop-Loss auf jeden Fall da drunter setzen, falls hier nochmal so ein kleines Fake-Out kommen sollte. Ansonsten gilt es auch hier, wir brauchen Volumen im Markt. Wir haben eine Bullish Divergence und damit brauchen wir jetzt auch diesen Volumenvorstoß zumindest nach oben hin, um hier einen kleinen Abtrend reinzukriegen. Gut, dann lohnt sich auch noch kurz der Blick zu XRP. Ja, wir sind nochmal deutlich abgefallen. Also mich ärgert es immer noch, dass die Position so minimal ausgestoppt wurde. Das wäre echt Bombe gewesen. Ich sage jetzt mal vom Entry hier oben, wo wir drin waren, wären es einfach mal 6 bis ganz, ganz unten 8% knapp gewesen. Also es ärgert mich richtig. Long-Position bin ich gestern nicht eingegangen, weil mir das Level dann ein bisschen zu markant war. Einfach kurz vorm Pennen gehen und sowas mag ich einfach nicht. Wir sind nochmal in diese grüne Support-Box gegangen, aber hier warte ich ganz ehrlich nochmal, dass wir nochmal runterkommen und hier so einen kleinen doppelten Boden bilden. Dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir zumindest diesen ganzen Block, den wir hier abverkauft wurden, also auch hier dieses Void nach unten hin, abverkauft wurde, dass wir uns das dann auf jeden Fall nach oben hin fischen und zumindest so einen Bounce bis 0,35 US-Dollar-Cent sehen. Aber gut, das schauen wir dann auf jeden Fall im Laufe des Tages oder heute Abend nochmal im Live-Stream dann nochmal ein bisschen genauer an. Gehen wir noch ganz kurz zu den News rüber. Web 3-Trends im Jahr 2023. Ist für mich auch so ein kleiner Geheimtipp, sage ich mal, für das nächste Jahr, dass wir hier deutlich, deutlich mehr Web 3 auf jeden Fall sehen könnten beziehungsweise auch so von dem ganzen Hype-Ding. Letztes Jahr war es Metaverse, auch wenn das nächstes Jahr auch für mich noch ein bisschen mit dran spielt, obwohl ich immer noch nicht von dem ganzen Metaverse so richtig überzeugt bin. Aber lest euch den Artikel gerne durch. Müsste mittlerweile schon in der Telegram-Gruppe drin sein. Ansonsten hören wir uns heute Abend um 19 Uhr mit natürlich auch einen ganzen Altcoin-Wünschen. Der letzte Livestream des Jahres würde ich mich riesig darauf freuen, wenn ihr alle nochmal dabei seid. Nächstes Jahr starten wir dann ein bisschen neu durch. Habe ich ja schon alles angekündigt. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns heute Abend. Gerne ein Abo da lassen, Like da lassen. Würde ich mich riesig darüber freuen und natürlich in die kostenlosen Telegram-Gruppen reinkommen. Gut, das war es von mir. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Wir hören uns dann später beziehungsweise heute Abend wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto.